Es ist Fahrradwetter, oder? Waren Sie am Wochenende mal so ein bisschen spazieren und haben Sie die vielen Fahrradfahrer gesehen? Und dann bekommt man ja so ein bisschen so ein Kribbeln und sagt, ist eigentlich schön, oder? Ich möchte auch die Natur genießen. Mit dem Fahrrad, da kann man ja viel schönere Strecken auch noch erkunden und weitere Wege zurücklegen. Und dann dieses tolle Wetter, wenn man dann die frische Luft einatmen kann. Gemeinsam so eine schöne Radtour und dann irgendwo schön anhalten und ein Eis essen oder einen Kaffee trinken. Ein schönes Bierchen vielleicht auch. Ach, das ist doch was, oder? Ja, Fahrradfahren müsste man mal wieder. Fahrradfahren müsste man mal wieder, wenn das nicht so anstrengend wäre. Schöne Bilder, oder? Toll! Mal einfach rausfahren, schönes Türchen machen, sich richtig gut fühlen, frische Luft einatmen. Kathi hat's gesagt, einen Stopp machen, was essen, einen Kuchen, einen Kaffee trinken, ein Eis schlecken und das doch am besten mit der gesamten Familie. Haben Sie das nicht gemacht in den vergangenen Monaten oder auch Jahren? Kann ich verstehen. Man kommt irgendwann einfach außer Puste. Ja, die Diana, die ist noch ein junger Spund, die hat's ja auch nicht in den Knien. Da kann man natürlich die Berglein hoch und runter fahren ohne Probleme. Aber irgendwann, mit zunehmendem Alter, schafft man das einfach nicht mehr. Wir möchten Ihnen hier die Lebensqualität des Radfahrens wieder zurückbringen, denn wir haben hier ein ganz tolles Fahrrad für Sie, mit dem auch Sie, Indianer Ehrenwort und versprochen, die Fahrradtour machen können. Mit Ihren Kindern, mit Ihren Enkeln, mit der Familie, mit dem Partner, der Partnerin. Jeder kann auf diesem Pedelec fahren und das spielend leicht. Wissen Sie auch warum? Weil das jetzt ein ganz, ganz tolles Fahrrad ist. Fahrradfahren verlernt man nicht. Sie setzen sich drauf, stellen Sattelhöhe und Lenkradhöhe ein und radeln vor sich hin. Jetzt kommt dann irgendwann der Punkt, wo es leicht bergauf geht und dann kennen Sie das. Mit dem gesamten Gewicht versucht man sich in die Pedale zu legen, um einfach schneller vorwärts zu kommen und dann kommt man eigentlich ins Schwitzen. Aber nicht mit diesem Fahrrad, denn das ist ein Pedelec und das zeige ich Ihnen jetzt gerne auch mal. Das hat was ganz Besonderes. Nämlich einen bürstenlosen Motor, der jetzt hier hinten in der Radnarbe integriert ist. Wir sehen das gleich. Die Radnabe ist ein bisschen dicker als die eines herkömmlichen Fahrrads und hier, genau hier, befindet sich jetzt ein bürstenloser Motor. Der wird gespeist über einen 4,4 Amperestunden großen Lithium-Ionen-Akku, der Sie 28 Kilometer kontinuierlich und permanent unterstützt. Und wenn Sie dann in die Pedale treten, um jetzt Rad zu fahren, werden Sie keinen Widerstand erfahren. Das heißt also, Sie fahren den Berg hoch und es macht Ihnen nichts. Denn genau dann greift dieser bürstenlose Motor, treten in die Pedale, können die Geschwindigkeit natürlich selbst auch noch bestimmen. Das ist wie beim klassischen Radfahren. Je schneller Sie treten, desto schneller werden Sie. Je langsamer Sie treten, desto entspannter fahren Sie. Aber diese Kraft, die Sie benötigen, um den Berg hoch zu fahren, die übernimmt jetzt hier der Motor und auch der Akku für Sie. Und ich zeige Ihnen mal, wie Sie das Ganze zuschalten. Denn Sie sind natürlich Ihr eigener Herr über Ihr Pedelec und haben jetzt hier im Lenkrad einmal so ein kleines Ampelsystem integriert. Sehen Sie das? So. Sie fahren also ganz normal Ihr Fahrrad. Und sobald Sie nur annähernd das Gefühl haben, dass ein bisschen zu viel Anstrengung da ist, schalten Sie hier auf ein. Dann sehen Sie hier im Ampelsystem auch nochmal ganz, ganz toll, natürlich ist hier schriftlich nochmal erklärt, ob Sie einen vollen, einen halbvollen oder einen leeren Akku haben. Falls der mal leer sein sollte, dürfen Sie den jederzeit herausnehmen, mit in die Wohnung nehmen oder ins Café oder ins Restaurant und dann über ein Micro-USB-Kabel einfach aufladen. Das geht ganz einfach. Also einfach aufladen wie so eine kleine Powerbank, die Sie quasi immer mit dabei haben. Und Powerbank ist eigentlich schon fast das richtige Stichwort. Denn Sie können diesen Akku auch gleichzeitig nicht nur nutzen, um Ihr Fahrrad, Ihr Pedelec zu betreiben, sondern selbstverständlich auch super gerne, um zum Beispiel andere Geräte, die via USB geladen werden, mit neuem Strom zu versorgen. Das kann das Smartphone zum Beispiel sein oder auch eine elektrische Zigarette. Und Kathi, so wird das Fahrradfahren zum absoluten, einfachen Erlebnis, das jetzt wirklich jeder machen kann. Egal, ob ich schon mal Knie- oder Hüftprobleme hatte, ob ich keine Kraft mehr habe, keine Kondition mehr habe. Normalerweise halten Sie sich beim Gehen der Treppenstufen fest. Das ist kein Problem, denn genau dann ist dieses Pedelec das Richtige für Sie. Ein bisschen frische Luft und ein bisschen Bewegung zu erfahren, aber das komplett ohne Anstrengung. Ein E-Rädle für Sie, dass Sie beim Fahrradfahren unterstützt, damit Ihnen das Fahrradfahren wieder richtig Spaß macht. Und Sie haben es gehört, eine Akkuladung reicht für 28 Kilometer Fahrunterstützung. Sie treten selber noch mit in die Pedale. Das heißt, auch lange Fahrradtouren, 30, 40 Kilometer sind dann für Sie gar kein Problem mehr. Das machen Sie mit Leichtigkeit. So eine schöne Sonntagsfahrradtour, das wird dann Ihr neues Hobby vielleicht. Das macht richtig Spaß mit den Kindern, mit den Enkelkindern oder auch mit Partner und Partnerinnen. Hier, viele bestellen gleich zwei von unseren tollen Pedelecs. Das kann natürlich auch an unserem Spezialpreis liegen, den wir hier für Sie gemacht haben. Sie haben es schon entdeckt, weil wir haben natürlich diese tollen E-Rädle hier für 569,91 Euro. Das ist unser TV-Sonderpreis hier für Sie in dieser Sendung. Normalerweise, Sie haben es selber schon gesehen, wahrscheinlich in den Prospekten, die bei Ihnen zu Hause im Briefkasten waren. Vielleicht waren Sie auch schon mal in einem Fahrradfachgeschäft, haben sich diese tollen E-Rädle selber angeschaut. Die liegen dann gerne mal bei 1000 Euro, 1200, 1500 Euro. Hier ein E-Rädle für 569,91 Euro. Jetzt und die nächsten zwei Stunden. Das ist der TV-Sonderpreis, den Sie jetzt hier bekommen. Und Sie dürfen natürlich auch gleich zwei von diesen tollen Rädern bestellen für sich und den Partner, die Partnerin, damit Sie dann zusammen diese Freude des Fahrradfahrens wieder genießen können, weil das ist ja das Schöne. Es ist ja nicht nur die Freude, sage ich Ihnen ehrlich, sonntags mal eine schöne Radtour zu machen. Das ist für Sie natürlich auch ganz, ganz viel Selbstständigkeit. Klar können Sie jetzt mal hier einen schönen Weg fahren, nachmittags. Aber vor allem haben Sie auch die Möglichkeit, mit dem Pedelec mal eben in die Stadt zu fahren. Sie können mal eben zum Bäcker fahren, mal eben frisches Brot holen, bevor der Gatte abends nach Hause kommt und endlich das Auto hat oder sich dazu erbarmt, da rede ich jetzt gerade mal mit den lieben Damen, dann mit Ihnen zu fahren. Wenn Sie mal eben zur Apotheke wollen, schwingen Sie sich auf Ihr Pedelec und fahren zur Apotheke. Und das gibt natürlich auch Ihnen gerade wieder ein ganz, ganz tolles Gefühl der Selbstständigkeit einfach, selbst mal wieder schnell zum Supermarkt zu fahren, um die frische Milch zu holen. Sie haben Gepäckträger mit dabei, das ist kein Problem. Können Sie natürlich auch gerne beladen, das Pedelec. Das hält ordentlich was aus, das ist gar kein Problem. Dann möchte ich noch anmerken, dass das ganze Versicherungs- und Führerschein frei ist. Das heißt, Sie müssen dieses Fahrrad nicht versichern. Müssen Sie nicht, Sie müssen keinen Führerschein dafür machen. Helmpflicht ist natürlich immer so eine Sache. Wenn man einfach ein Beispiel sein möchte, ein Vorbild zum Beispiel für Kinder, tragen Sie bitte einen Helm und Sie sagen, nee, das ist Ihre Entscheidung. Dann, was hier jetzt auch nochmal so ein kleines Gimmick ist für unsere werten Herren. Wenn Sie mal ordentlich in die Pedale treten, können Sie sogar bis zu 25 kmh schnell werden. 25 kmh. Jetzt stellen Sie sich bitte vor, dass Sie mal mit Ihren Kindern oder Enkeln beim nächsten Fahrradtürchen, wo sowieso jeder wahnsinnig verblüpft davon sein wird, dass Sie dabei sind, wenn Sie denen vorbeifahren. Und wir haben das Highlight noch vergessen, liebe Zuschauer, beziehungsweise fürs Ende aufbewahrt. Das Fahrrad ist klappbar, das Pedelec ist zusammenklappbar. Das Pedelec können Sie in Ihrem Kofferraum ganz einfach und super schnell und komfortabel einladen. Ohne Gepäckhalterung, ohne irgendwelche Dachschienen oder ähnliches. Und es spielend leicht ohne Werkzeug auseinanderklappen und einstellen. Das werden wir Ihnen gleich, ich aber auch gerne nochmal zeigen. Ist das nicht toll? Hier sogar klappbar, dieses tolle Pedelec. Und Vivian hat es gesagt, es bedeutet viel mehr Freiheit auch, weil Sie hier natürlich die Möglichkeit haben, dann natürlich auch längere Strecken mit dem Rad zu fahren, dank der Tretunterstützung. Sie sind nicht immer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen oder auf ein Auto, das Sie nehmen müssen. Sie können das alles mit dem Fahrrad erledigen. Und es ist sogar klappbar, also auch mal mitnehmen. Vielleicht dann auch sogar im Wohnwagen oder Wohnmobil für den Urlaub ein idealer Begleiter. Für 569,91 Euro jetzt für Sie verfügbar. Sie dürfen natürlich auch gleich zwei bestellen. Die Bestellnummer, das ist hier die NX 9510 und die 569. Und wenn Sie dann auch mal Einkäufe machen wollen mit Ihrem neuen E-Regler, mit Ihrem Pedelec. Schauen Sie mal, was wir da tolles für Sie haben. Eine Gepäckträger-Tasche. Das ist natürlich ideal, um auch ein bisschen was mitzunehmen. Ja, wir hatten das Thema ja gerade eben, dass es natürlich auch eine große Selbstständigkeit einfach für Sie ist, so ein Pedelec zu haben. Und da ist natürlich eine Gepäckträger-Tasche genau das Richtige. Die kosten ja in Fahrradgeschäften 50, 60, wenn nicht sogar 70 Euro. Wir lachen darüber, geben Ihnen spitzen Preis und vor allem spitzen Qualität. Denn wir sind hier bei X-Case und bei einem wunderwunderschönen Gepäckträger-Taschen, das aus einem ganz speziellen Stoff gefertigt ist, der wasserabweisend ist. Also das heißt auch bei kleinen Nieselregenfahrten macht das dem Gepäckträger der Tasche nichts. Dann haben wir hier so ganz tolle, schöne, großzügige Reißverschlüsse und zwei Taschen. Natürlich einmal links und einmal rechts, damit Sie hier ordentlich was mitnehmen können. Dann hier richtig viel Volumen, zum Beispiel für mal eine Getränkeflasche, die Sie mitnehmen möchten. Für die Kinder, nicht nur bei Einkäufen, sondern natürlich auch so, wenn Sie einfach mal eine Fahrradtour machen. Wir sehen unten auch noch mal die kleinen Reflektoren, die Sie natürlich auch sicher fahren lassen, die Sie sowohl links als auch rechts an Ihrer Tasche haben. Das Ganze wird hier mit so einem ganz einfachen Befestigungssystem einmal vorne und hinten am Gepäckträger befestigt und lässt sich dann jederzeit, schauen Sie mal, über diesen einen Griff hier wieder abnehmen. Und so kann ich jetzt diese Tasche super einfach mit in den Supermarkt nehmen und dann gerne auch mal einkaufen. Schauen Sie mal, das haben wir mal für Sie hier vorbereitet und gemacht. Denn wenn Sie mal sagen, Mensch, so kleine, mittlere oder ja auch etwas größere Einkäufe sollen gemacht werden, dann ist das kein Problem. Baguette mal eben mitbringen. Ein paar Träubchen zum Beispiel mitnehmen. Sie wollen vielleicht auch noch was anderes an Obst und Gemüse mitnehmen. Salat zum Beispiel. Ach, noch fürs Mittagessen noch ein Salat. Und die Äpfel wollen Sie auch noch mitnehmen. Kein Problem, denn der Boden dieser Gepäckträger-Tasche, der ist noch einmal mit einem speziellen Kunststoff ausgelegt, sodass das Ganze super einfach abzuwischen ist und vor allem auch sehr stabil ist. Wenn Sie denn dann auch sagen, wir machen mal ein Picknick zum Beispiel, nehmen Sie einfach alles mit. Schwuppdiwupp wird hier wieder reingelegt und schon kann es weitergehen. Ich habe noch einen Kundenbeitrag für Sie, den wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, denn genau da geht es um das Thema. Und da schreibt uns ein ganz, ganz lieber Zuschauer nämlich folgendes. Die Taschen sind sauber verarbeitet, gefällig anzusehen. Der größte Vorteil liegt aber in den leichten Möglichkeiten, die Gepäcktasche mit uns ins Geschäft zu nehmen und dort direkt zu befüllen. Und das zu diesem fairen Preis. Das stimmt. Also hier eine Tasche, die man toll einfach vom Fahrrad mit hochnehmen kann, mit ins Geschäft nehmen kann, auf dem Markt nehmen kann, befüllen kann und dann abends auch mal mit in die Wohnung nehmen kann zum Beispiel. Einfach zum Ablösen. Hier natürlich auch noch die Möglichkeit, Sie sehen das hier oben, trotzdem ein Körbchen drauf zu machen auf Ihren Gepäckträger. Die Körbchenoption besteht trotzdem für den Gepäckträger, trotz der Gepäckträgertaschen und für 18,91 Euro. Also selbst wenn Sie jetzt hier kein Pedelec bestellen, können Sie natürlich trotzdem hier bei uns diese tolle Doppel-Gepäckträgertasche bestellen bei 18,91 Euro. Das ist natürlich ein Wahnsinnspreis. Gerade wenn Sie sich da mit dem Thema auskennen, wissen Sie, wie unglaublich günstig das jetzt hier bei uns ist. Die Bestellnummer nenne ich Ihnen noch einmal für die Gepäckträgertasche, die N108917 und die 569. Und dann sind Sie hier ganz hervorragend unterwegs und haben auch Ihre Einkäufe verstaut, vielleicht auch mal die Badesachen oder natürlich auch das, was Sie sonst so mitnehmen, wenn Sie mal eine Tagestour machen, auch Schlafsachen oder so etwas. Und damit Sie immer den Durchblick haben, hat Vivian uns noch eine ganz besondere Brille mitgebracht. Ja, erst mal eine Brille, die Sie natürlich schützt und vor allem auch Ihre Augen. Denn wenn Sie bis zu 25 kmh schnell werden können mit Ihrem zusammenklappbaren Pedelec, dann kann es natürlich auch schon mal von Vorteil sein, die Äuglein was zu schützen. Denn Sommer bedeutet immer, naja, nicht in Deutschland, aber im besten Fall ein bisschen Sonne. Und deshalb ist ein UV-Schutz 400 natürlich immer das Richtige für die Augen. Und genauso, Sie sehen es an den Seiten, natürlich einmal so einen kleinen Schutz, den wir hier haben, auch an den Seiten des Auges, damit da einfach kein Zug drauf kommt. Aber das ist eine ganz besondere Sonnenbrille, denn so ein Sonntagsspaziergang mit der Familie, das ist natürlich ein wunderschönes Ereignis, das man festhalten möchte, das man auch nicht loslassen will, wo man sich lange, lange noch dran erinnern möchte. Und genau das machen Sie mit dieser Brille. Denn während Sie hier radeln, ganz entspannt und Ihre Äuglein schützen vor dem Zug und auch vor der Sonne, nehmen Sie auf. In HD-Auflösung. Hm? Ist das der Hammer? Ja, und das direkt aus Augenperspektive. Kathi, das ist ja für mich der Wahnsinn. Sie kennen doch so Action-Camps, oder? Die man sich an den Körper irgendwo anklippen kann, um was aufzunehmen. Tolles Prinzip, nur meistens das Problem, dass man dann auf dem Fahrrad immer die ganze Zeit nur den Boden filmt und denkt, das, was ich gesehen habe, das wollte ich doch eigentlich festhalten. Genau das, da, wir sehen es, der wunderschöne Panoramablick, wie die Kinder von mir herfahren, wie wir gemeinsam lachen und da ist so eine Action-Cam meist nicht direkt über die Nase gerichtet. Hier bei dieser Kamera, äh, Verzeihung, hier bei dieser Sonnenbrille haben Sie eine Kamera genau über dem Nasenrücken. Das heißt, genau da, wo Ihr Blick hinwandert, nimmt jetzt eine HD mit 720 Pixeln starke Kamera alles auf, was Sie sehen und hält das auf einer Micro-SD-Karte bis 32 GB gleich fest. Und falls Sie jetzt denken, dann muss das ja ein Riesenkoloss sein, diese Sonnenbrille wiegt um die 50 Gramm. Die ist wirklich kaum spürbar auf der Nase und hat jetzt hier vorne einmal ganz, ganz klein, unscheinbar, fast schon versteckt, das Kameramodul, die Kameralinse integriert, die mit 720 Pixeln hier dann alles aufnimmt für Sie in HD. Mikrofon ist übrigens auch integriert, das heißt also, wenn mal lustige Witze fallen, haben Sie die auch gleich mit auf Band und dann können wir hier alles an der Seite bedienen bzw. einstellen. Super einfach gemacht, ist, wie ich finde, ein absolutes Muss für dieses Pedelec und auch ein schönes Ostergeschenk. Hier ist für 28,41 Euro ein richtig, richtig tolles Gadget, was man sich mal gönnt. Eine Sonnenbrille mit eingebauter Kamera, 28,41 Euro. Ich meine, Kamera kriegt man ja normalerweise nicht für 40, 50 Euro. Und hier toll Sonnenbrille und Kamera, HD-Kamera in einem ist natürlich ideal, gerade wenn man draußen unterwegs ist, beim Fahrradfahren, im Urlaub auch schön. Man muss die Kamera nicht immer in den Händen halten oder sowas, sondern man hat die gleich in der Brille schön mit integriert. Das ist eine super, super Sonnenbrille-Kamera hier in einem für 28,41 Euro. Er freut sich großer Beliebtheit bei unseren Kunden. Die Bestellnummer, die PX36, 34 und die 569. Und da hat man wirklich tolle Aufnahmen, auch wenn man mal so ein bisschen aktiver unterwegs ist. Man sieht diese Perspektiven ja auch oft bei den Profifahrern. Die haben das ja auch, da sieht man das auch sehr, sehr oft, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Die natürlich dann auch richtig schnell fahren, können Sie auch mal so richtige Action-Aufnahmen da machen. Sie brauchen ja keine Kamera mehr. Sie sind ja mit Ihrem Fahrrad unterwegs und es ist so schön. Augen werden geschützt mit dieser guten Sonnenbrille, die wir haben. Und dann tolle Aufnahmen, wenn man dann schön im Urlaub auch mal so schön durch die Berge vielleicht mit dem Fahrrad fährt. Das geht ja mit dem Pedelec problemlos. Oder auch mal schön durch die blühenden Felder. Ach, das werden tolle Aufnahmen, die Sie da machen. Das werden ganz, ganz tolle Aufnahmen. Wichtig ist, dass Sie zugreifen. Und Kathi, Sie haben das Herz für unter 30 Euro. Ich würde zwei bestellen. Ja, natürlich. Bei 28,41 Euro. So was ist auch ein ideales Geschenk. Definitiv. Also greifen Sie dazu. Aber das Pedelec, das wird gerade auch super, super stark schon bestellt. Wollen wir Ihnen das nochmal zeigen? Wir zeigen das Pedelec nochmal und wir zeigen natürlich auch nochmal die Klappfunktion vom Pedelec. Sie können in der Zwischenzeit selbstverständlich schon mal anrufen unter der 0180 51 51 3xD2 und können gerne die Doppel-Gepäckträger-Tasche oder auch die Sonnenbrillen-Kamera hier bestellen. All Ihre Bestellungen werden eh zusammengefasst und gesammelt. Sie zahlen nur einmal täglich Porto- und Versandkosten. Ab 150 Euro sind Sie sogar ganz Porto- und Versandkosten frei. Und unser Pedelec. Hier, wir zeigen es nochmal. Das ist klappbar. Schauen Sie sich das an. Das ist natürlich hier was ganz Besonderes für 569,91 Euro. 569,91 Euro. Und selbstverständlich kommt das inklusive Akku, inklusive Ladegerät. Alles komplett verkehrssicher selbstverständlich. Mit allen Lichtern, allen Reflektoren zu Ihnen nach Hause. Also Sie brauchen dafür keinen Führerschein. Führerschein und versicherungsfrei. Das Pedelec 569,91 Euro. Jetzt der TV-Sonderpreis für Sie. Und es ist klappbar. Sie sehen das Werkzeug los. Einfach innerhalb von wenigen Sekunden auf und wieder zusammengeklappt. Ja, so schnell kann es gehen, liebe Zuschauer. Keine Gepäckträger, nichts, um mal eben rauszufahren. Und vor allem auch gar keine Anstrengung. Dank des bürsenlosen Motors. 28 Kilometer Reichweite bis 25 kmh können Sie schnell werden. Führerschein und versicherungsfrei. Das Ganze und vor allem eine Lebensqualität, die man eigentlich gar nicht beschreiben kann. Bestellen Sie sich bitte zwei davon. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Eine Selbstständigkeit und ein atemberaubendes Gefühl, wieder einfach mal rauszugehen, frische Luft zu atmen und den Fahrtwind zu spüren. Zusammen auch. Sie und Ihr Partner, Ihre Partnerin zusammen. Eine schöne Radtour zu zweit. Viele bestellen auch gerade zwei von den tollen Pedelecs. Das freut uns natürlich. Da haben Sie richtig Freude mit. Da haben Sie richtig Spaß, wenn Sie dann auch was für sich selber tun. Ist natürlich auch wichtig für den Körper, dass man sich bewegt. Sie bekommen jetzt die TV-Sonderpreise 569,91 Euro. Und dann geht es los mit Ihrer tollen, entspannten Fahrradtour.